Heute geht es um Big Deals auf dem Transfermarkt. Was ging da bitte die letzten Stunden schon wieder ab? Es ist eh allgemein so, dass von Tag von Tag zu Tag zu Tag immer wieder große Nachrichten rauskamen. Aber wir haben jetzt hier auch wirklich ein paar fixe Dinger, wo man sagen kann, okay, der Transfermarkt ist voll angelaufen und damit hallo nicht zu kommen hier auf dem Vellosche Studio Kanal. Aber als allererstes fangen wir mit der ersten Meldung an, die natürlich für den FC Bayern München sehr interessant ist und für all seine Fans. Und zwar Min-Jai Kim und der FC Bayern München sollen sich angeblich einig sein über einen Vertrag, den er kriegen soll bis 2028 mit 10 bis 12 Millionen Bruttogehalt. Dann wird er so um die etwas mehr als 5 bis etwas mehr als 6 Millionen verdienen. Er ist ja 26 Jahre alt, der Infanterie von Napoli. Er soll laut verschiedenen Medienberichten eine Ausstiegsdauer haben von 50 bis 60 Millionen. Da ist nicht so ganz klar. Ich persönlich habe auch schon was gelesen von 65 Millionen. Also da hat man nicht so eine eindeutige Summe, was ich immer wieder schade finde. Ich würde es viel, viel geiler finden, wenn man irgendwann so ein Register hat, so wie bei der NBA, dass du wirklich jeden Vertrag einsehen kannst, damit da nicht irgendwie immer alles so verschwommen ist. Aber gut, das nur dazu. Auf jeden Fall wäre das natürlich ein Megadeal, wenn er kommen würde. Man weiß, bei Bayern München gibt es eine Umstrukturierung in der Innenverteidigung. Herr Nandes, der es ja Richtung PSG wahrscheinlich geht, Pavard, der gehen kann und, und, und. Da passiert einfach viel bei Bayern mit, ja, Kim hättest du halt einfach einen richtig guten Innenverteidiger, der auch wirklich die letzten zwei Jahre eigentlich alles richtig gemacht hat in seiner Karriereplanung. Von Fenebaccio nach seiner Top-Saison zu Napoli, dort die Meisterschaft gewonnen. Jetzt zu Bayern wäre nochmal der Next Step. Und das wäre schon eine wilde Innenverteidigung bei Bayern am Ende. Wenn du Delecht, Upamecano und Kim dort hättest, vor allem hättest du auch mit Kim jemanden, der wirklich auch konstant stark ist, weil Delecht, der ist manchmal noch ein bisschen streaky und Upamecano hat wirklich Spiele mit drin, wo du echt sagen musst, ey, da reicht es teilweise noch nicht für das absolut höchste Niveau. Also das wäre natürlich ein Top-Transfer für Bayern. Man weiß, dass United auch noch mit drin ist in den Verhandlungen, aber momentan ist der FC Bayern München der große Favorit. Dann werden wir jetzt fast schon so einen kleinen Absprung Richtung Premier League machen, denn dort sind Deals gefallen oder Deals so gut wie fix. Und der erste fixe Deal ist auf jeden Fall Kai Havertz. Er wechselt vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Er kriegt einen Vertrag bis 2028. Die Ablössumme ist dort 70 Mio plus 5 Millionen Bonus. Und hier bin ich sehr gespannt, wo Havertz eingesetzt werden kann, denn ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ein Spieler mal bei einem Verein oder irgendwo mal eingesetzt worden ist, dass irgendwie viele den Blick haben, ey, er ist nur auf dieser Position zu Hause. Das ist bei Kai Havertz zum Beispiel diese falsche Neun, die er irgendwie geben soll, die ganze Zeit bei Chelsea oder dann auch in der nationalen Mannschaft. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Podolski, den ich im Sturmzentrum immer tausendmal besser fand als im linken Mittelfeld. Und trotzdem wurde er permanent links eingesetzt. Havertz ist für mich eigentlich ein klarer ZOM. Die Position gibt es auch beim FC Arsenal. Aber, und deswegen finde ich den Deal so geil, wenn es ein Team gibt, das ganz gut mit dieser falschen Neun heutzutage noch spielt, dann ist es der FC Arsenal. Denn auch ein Gabriel Jesus, der ist ja bis zu seiner Verletzung voll durchgestartet und dann ist alles andere als ein klassischer Neuner. Deswegen ist das sehr interessant, was Arsenal da jetzt aufstellt. Die haben halt eine sehr variable Offensive mit Saka auf rechts, links Martinelli, Oedegaard im ZOM. Dann hast du Gabriel Jesus, jetzt noch Kai Havertz. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich denke, das ist auch der richtige Schritt, für Havertz zu Arsenal zu gehen. Ist ein super Deal für alle Seiten, denke ich. Chelsea kriegt ordentlich Kohle fürs Financial Fair Play. Arsenal kriegt einen richtig starken Spieler, der meiner Meinung nach auch noch ordentlich Upside hat. Und für Havertz ist, denke ich, auch Arsenal die richtige nächste Station. Wir bleiben gleich mal beim FC Arsenal, denn Man City war auch lange an ihm dran, ist aber raus aus den Verhandlungen. Und ich rede natürlich über Declan Rice, denn der 24-jährige ZDM von West Ham United noch, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, soll angeblich zum FC Arsenal für 122 Millionen wechseln. Und hier muss man echt sagen, ja, wenn ich diesen Deal sehe, mit nur noch ein Jahr Vertrag, dann sieht man eben, wie wenig eigentlich der BVB für Bellingham bekommen hat. Sorry BVB-Fans, aber ich habe damals auch gesagt, der Deal ist okay, wie den der BVB kriegt. Aber wenn man sieht, dass jemand wie Declan Rice 122 Millionen für so viel Geld wechselt, bei nur noch ein Jahr Vertrag, dann darf man auch alle Bayern-Fans mal fragen, ey Kane, wie 70, das wird eher schwierig. Weil die Premier League-Clubs, die bleiben da eiskalt. Und Declan Rice, ob er das Geld jetzt wert ist oder nicht, das ist hier und jetzt nicht das Thema, sondern Arsenal braucht diesen Mittelfeldspieler. Arsenal könnte auch Thomas Partey verlieren, Chaka, der wird ja höchstwahrscheinlich zu Leverkusen wechseln. Deswegen ist das ein Deal, den Arsenal einfach machen muss. Es gibt keinen anderen Spieler auf dem Weltmarkt, wo du momentan sagst, der passt so gut rein wie Declan Rice. Er kennt die Premier League perfekt. Er ist ein Spieler, der genau das Anforderungsprofil hat, das Arsenal braucht. Und City, da würde ich fast schon behaupten, war fast schon strategisch wichtig für West Ham, um einfach die Ablöse hoch zu pushen. Es sind halt 105 Millionen Pfund, so umgerechnet um die 122 Millionen. Und auch wenn er vielleicht overpriced ist, das kann man gerne so sagen, ist er der perfekte Spieler für Arsenal. Deswegen gibt es hier auch nichts zu schreien, Oh nein, was macht Arsenal da? Sie sollten Spieler XY holen. Nein, Declan Rice ist genau das, was Arsenal braucht. Und damit ist man natürlich dementsprechend bereit, den Preis zu zahlen. Das ist halt der Transfermarkt. Ist nicht einfach nur, Oh, wir gucken den Spieler isoliert betrachtet, ist er das wert oder nicht? Sondern wie ist die Situation der Vereine? Wie dringend brauchst du den Spieler? Musst du den holen? Kann er dich weiterbringen? Und ganz ehrlich, mit Transfers wie Havertz, wie eventuell Timber, der da ja in den Gerüchteküchern ist, mit Declan Rice steigen die Meisterschaftschancen vom Arsenal extrem hoch. Und ich würde sagen, dass Declan Rice sogar der mit Abstand wichtigste Transfer dieser Transferphase vom FC Arsenal sein wird. Das ist zumindest ganz klar meine Meinung. Dann bleiben wir in der Premier League und auch hier ein Spieler, den ich so geil finde, um ehrlich zu sein. Und zwar James Madison, 26 Jahre alt, ZOM, kann auch recht spielen, wechselt wie 46,3 Millionen zu den Spurs. Und hier Gratulation an die Tottenham Hotspurs. Die machen eine sehr, sehr geile und gezielte Transferphase momentan. Vicario Gold, 19 plus 1 Bonus. Sie haben Kulusewski für 30 Millionen Gold. Und jetzt hier James Madison, für mich einer der technisch hochwertigsten Spieler der Premier League. Also wirklich jemand, den man unglaublich gerne zuguckt beim Fußballspielen, weil er alles, was er macht, so in einer gewissen Eleganz macht. Einfach ein richtig geiler Spieler. Das ist auch noch so ein klassischer Zehner irgendwie. Klar kann er auch auf Außenspiel das nochmal dynamischer als ein ganz klassischer Zehner. Aber er kann das auch gut spielen. Ist für mich ein Top-Transfer. Die Summe natürlich nicht so hoch, weil Leicester abgeschieden ist. Das ist ein Top-Deal. Und ich muss allgemein sagen, die Spurs, die gehen das wirklich strukturiert an. Ein Top-Keeper für einen vernünftigen Preis. Ein super gutes, junges Talent mit Kulusewski für einen guten Preis. Und jetzt einen fertigen Top-Spieler wie James Madison für die Summe ist richtig, richtig gut, muss man sagen. Also die Spurs mit einem richtig guten Transfermarkt bisher, um Madison für das Geld, absolut wert. Das ist er absolut wert. Ich bin großer James Madison-Fan. Ich finde den fast schon ein bisschen underrated in der Premier League. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Wir bleiben aber gleich bei Leicester. Und jetzt haben wir so den Premier League-Block so ein bisschen durch. Und wir machen jetzt mal einen Serie A-Block, kann man sagen, was so Transfergerüchte angeht. Und zwar kommen wir jetzt zu Timothy Castagne. Der wechselt nämlich eventuell zu Juventus Turin, beziehungsweise das Gerücht gibt es ja schon länger. Der 27-jährige Belgier, der ja auch bei Leicester spielt. Da sollen 15 Millionen gefordert sein. Momentan ist es aber so, dass Juventus Turin alle Optionen auslotet. Man überlegt, ob man vielleicht mit Cambias zu spielen soll auf der Seite oder ob man ihn veräußern soll. Man guckt, ob man ihn wirklich verpflichten soll oder nicht. Quadrado ist ja jetzt auch offiziell weg bei Juve. Und ich muss sagen, ich würde den Transfer gut finden, weil er halt ein Transfer wäre, der nicht der größte Name ist. Er ist sicherlich jetzt auch nicht der Top-Rechtsverteidiger schlechthin. Aber es scheint ja so, dass Allegri das 3-5-2-System weiterhin spielen wird. Was das Negatives auf die Folgen hat, werden wir noch mal ganz am Ende dieser Folge kommen. Und Castagne kann alles. Er kann normaler rechter Verteidiger spielen. Er kann auch als rechter Mittelfeldspieler, als Schienenspieler spielen. Er ist halt so ein absolut solider Spieler. Du weißt, was du bei ihm kriegst. Er ist keiner mit Riesen-Upside, wo du Weltklasse kriegst. Aber er ist auf jeden Fall weit mehr als ein überdurchschnittlicher Spieler. Einfach jemand, der seine Aufgabe erfüllt. Und das könnte so jemand sein, vielleicht so ein bisschen wie Stefan Lichtsteiner. Der war auch nie Weltklasse. Das war auch nie jemand, wo du gesagt hast, wow, ist einer der besten drei Rechtsverteidiger oder so. Aber du wusstest einfach, was du von Lichtsteiner kriegst. Er hat konstant geliefert. Und du wusstest einfach, ey, das und das kriegst du von ihm. Und damit konntest du festrechnen. Und das ist bei Juve auf außen wirklich ein großes Problem momentan. Denn du hast da Spieler, die nicht so gut funktionieren, wie Chiesa, wo seine Stärken beraubt werden auf außen momentan im Schienensystem. Kostic, der mal genial ist, mal nicht so genial. Alexandro, wenn er da mal gespielt hat, war eine Katastrophe sowieso. Quadrado ist nicht mehr gut genug gewesen. Und dann wäre es schon ganz gut, wenn du da einen konstanten Mann auf rechts hättest. Deswegen für 15 Millionen für dich den Deal eigentlich echt nicht schlecht. Dann kommen wir zum AC Mailand. Ich habe ja gestern ein Video gemacht, ob der AC Mailand ins Mittelfeld abstürzt, weil die Deals, die da so im Gespräch sind, mir nicht gefallen. Aber hier ist ein Deal, der mir gefallen würde. Und zwar geht es hier um Yusuf oder Yunus Musa von Valencia, der 20-jährige US-Amerikaner. Da soll Milan dran sein. Man muss aber auch sagen, auch der AS Monaco ist dran. Und hier, das wären so Deals, die ich wieder interessanter finden würde bei Milan. Eben diese jungen Spieler, diese jungen rohen Diamanten, die man dann wieder weiterhin feilt. Dem Weg sollte Milan auch durchaus weitergehen. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, diese ganzen unkonstanten Spieler, die nie es geschafft haben, den Durchbruch zu schaffen, wie Pulisic, Loftis-Cheek, wie Adama Traore, die da im Gespräch sind. Das wäre für mich nicht die Transferstrategie für Milan, dass du so viel Geld dann im Gesamten ausgibst, für Spieler, wo du nicht so richtig weißt, was du kriegst. Dann lieber in Talente wie Musa investieren, das würde ich nicht schlecht finden. Ich denke, das wäre ein ganz interessanter Deal. Dann kommen wir zu Atalanta Bergamo. Und auch die sind in den letzten Jahren auf dem Transfermarkt richtig gut unterwegs gewesen. Und auch dieser Deal würde mir persönlich sehr gefallen. Und zwar rede ich hier über Rodrigo Becao, der 27-jährige Innenverteidiger, spielt aktuell noch bei Udinese Calcio, hat aber eine Verlängerung seines 2024 Auslaufen des Vertrags abgelehnt und steht jetzt auf der Liste von Atalanta Bergamo. Auch hier muss man ganz klar sagen, Becao hatte in der letzten Saison seinen Durchbruch. Udinese hat ja gerade so in der Anfangsphase bis Mitte der Saison echt eine richtig gute Phase gehabt. Becao war da einer der großen Gewinner. Ist auch ein relativ stämmiger Innenverteidiger, ist schon eine ordentliche Präsenz der Brasilianer. Wäre wieder so ein Deal, wo ich echt das Gefühl habe, das kann so ein Atalanta-Stil-Deal sein, wo du dir einfach denkst, warum haben den andere nicht so auf dem Schirm? Wenn man da zum Beispiel hört, Inter will Aspli-Cueta zum Beispiel holen. So, okay. Bei Juve hört man so ein bisschen, ob Bremer vielleicht gehen könnte, dann wäre Becao eigentlich auch jemand vom Anforderungsprofil, der ganz interessant sein könnte. Aber das sind irgendwie so Deals, wo Atalanta immer dieses Deals landet. Und ich würde das als sehr, sehr guten Deal bezeichnen, wenn sie ihn kriegen. Durch die Vertragslaufzeit sollte er auch nicht allzu teuer werden. Und das wäre ein super Deal für Atalanta-Bergamo. Wir schließen die Folge jetzt ab mit einer Nachricht, die alle Juve-Fans zum Zittern bringen könnte und zum Schwitzen bringen könnte. Und zwar könnte Federico Chiesa den Verein verlassen, der rechts außen 25 Jahre alt, hat extrem viel Interesse. Und hier ist der Hauptgrund dafür, dass man kein System für ihn hat. Also Allegri ist der Grund. Denn wir haben alle die Saison von Chiesa verfolgt. Erst die Verletzung natürlich, die da war. Man muss aber auch sagen, schon im letzten Jahr, unter dem ersten Allegri-Jahr, war Chiesa nicht mehr so gut. Beziehungsweise die Verletzung war, glaube ich, allgemein im ersten Jahr. Da habe ich gerade was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall, unter Allegri hat Chiesa nicht geliefert. Punkt. Davor war der richtig stark, war auf dem Weg zur Weltklasse. Und Allegri liefert endlich. Warum nicht? Weil Allegri kann nicht mit Kulusevski umgehen, nicht mit Chiesa, nicht mit Vlachovic. Allegri kann junge offensive Spieler einfach nicht gebrauchen. Ich will nicht rage. Auf jeden Fall, weil wir ja auch so genial sind und Allegri holten, der erst 4-3-3 spielte oder spielen wollte. Deswegen war ja auch für Dybala gar keine Verwendung mehr. Dann ist man doch wieder zum 3-5-2 geswitcht, wo Dybala Gold gewesen wäre. Aber gut, lassen wir das alles. Ja, spielen wir wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder 3-5-2-System. So sieht es momentan aus. Und da kannst du den Chiesa natürlich nicht gebrauchen. Dann kannst du ihn natürlich auch einfach verkaufen. Interessenten sind Newcast, Sebastian Willer, Liverpool, PSG, Bayern sollen da auch Interesse haben. Angeblich soll Juve 60 Millionen fordern, wenn jemand das zahlt, ist Chiesa anscheinend zu haben. Und ich kann dazu nur sagen, wie kann man diesen Mann noch weiter beschäftigen. Aber gut, euer Veloche meldet sich ab. Juve-Fan sein macht überhaupt keinen Spaß in den letzten zwei Jahren und bye-bye. Es ist ja zehn mittlerweile нов Vielen Dank.